Germie! 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 Was? was? Oh jo! Hi Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von mir Leute! Heute spielen wir Super Mario 64. Der Greenstars Hadden Sieg! Und wer mit dabei ist, ist der einzig Wahre Racer, Moin! Was geht? Moin 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 moin. Und Leute wir haben noch den einzig Wahre Brian am Start! Moin! Hi! Und, Leute, ich sehe das richtig, oder? Ja, ich habe es richtig gesehen. Der Einzige war der Leon. Ja, der Leon ist auch noch mit dabei. Wisst ihr, was ich meine? Und ich werde als Sieger anfangen. Wir werden uns in einem Label verstecken. Und die Person, die gefunden wurde, sucht am Ende dann mit. Und wenn alle gefunden wurden, bessern wir das Label, wo wir uns verstecken. Oder wo die Person, die Verstecker suchen wird. Okay, Leute, ich werde jetzt euch suchen. Let's go. Und hier sind drei Leute versteckt. Und, ja, ich war da, da drin dann. Oh, da ist jemand, da ist jemand. Da ist jemand, da ist jemand. Oh, nein, wieso? Da ist untergefahren, okay. Dann wird Brian jetzt mitsuchen. Also, ich habe Brian gesehen, nur dass du weißt, aber nicht dich. Oh, da ist jemand. Moin. Moin, 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 moin. Nein. Hab ich mich angelogen, habt ihr dich schon gesehen, ja. Oh mein Gott, ich hasse diesen Baum. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er da oben ist. Er ist hier nicht beim Baum. Hä, du, Joe ist. Wenn er beim Baum ist, dann gibt es auf der Gamescom einen Händedruck. Okay, da muss ich auf jeden Fall auf den Baum schauen. Den Händedruck habe ich nicht ihn gehen lassen. Warte, ist... Oh mein Gott, bist du hier oben? Ich bin auf dem Baum. Warte, 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 warte. Oh mein Gott, oh mein Gott. Dass er dann jetzt weggerannt ist. Man kann das im Baum nicht... Es ist echt die Opa & doll. Es ist echt die Opa & doll. No, 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 no. Hä? Jungs. Nein! Zuck! Nein! Komm, komm wieder zurück. Komm wieder zurück. Oh nein. Oh, ich bin gestorben! In dieser Runde wird Racers suchen. Okay, sind alle versteckt? Ja, anscheinend auch. Ich bin schon absolut fertig. Fertig mit Polonium. Absolut. Nein! Wieso? Wieso bitte? Nein, nein! Ah, okay, ja. Das war's. Das war's. Er ist bei der Röhre! Was? Er ist bei der Röhre! Jo! Jo, was? Hast du ihn? Muss er ihn? Er springt immer herum, als wäre die Röhre zum Springseil. Nein! Ich habe ihn nicht, ich habe ihn nicht, ich habe ihn nicht. Übrigens, ähm, in dieser Runde sucht Leon und wir verstecken uns. Let's go! Das ist immer mein Versteck! Das geht, Germi! Okay, Leon, sucht jetzt. Mein Brot! Erbarmen! Ich habe schlechte Nachrichten für dich, Brian. Ach, die sind beim Lila, oder? Safe, safe. So, jetzt schauen wir noch, checken, aber ich habe eher mit... Okay, Germi macht, Germi macht Appawn Challenge. Boah, ich seh die, ich seh die sogar. Kennst du schon den? Boss! Ey, ey, geht runter, geht runter, geht runter! Ciao! Okay, ich seh den, ich seh den. Oh mein Gott! Bro, Benji mich auch gerade. Nein! Fuck, fuck, fuck! Let's go! Brian wird in diesem Labo uns suchen und wir werden uns versteckern. Ja, Moin! Ähm, ich bin versteckt! So, einfachste Runde der Welt, oder? Ach, wirklich? Dein Ernst? Was? 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 Wer hat mich gefunden? Ich hab's doch schon. Er sucht schon. Gibt's schon Beef. Ciao! Wirklich. Okay, okay, Moment, Moment, Moment. So! Und dann nicht mehr. Leute, ihr checkt, ihr checkt, oder? Oh, was, 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 was? Was? Nein! Das geht, Brian. Nein, damit geht's rumfahren! Danke! Ähm... Moin! Scheiße, hast du mich gesehen? Ja! Fuck! Also, in dieser Runde werde ich suchen, Leute, und die anderen verstecken sie. Okay, ich denke, du kannst anfangen. Okay, ähm, Leute, ich werde jetzt in selber reingehen und die Leute suchen. Ich bin jetzt sicher in dieser Runde. Wer ist da? Wer ist da? Wer ist das? Moin, 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 moin! Wo, 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 was, was, was? Junge! Bruder! Nein! Okay! Oh, was? Was? Was ist da? Oh mein Gott! Nein! Ah, da, 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 da! Moin! Was geht's? Äh, Racer duhst du's, oder? Ja, ja. Oh mein Gott, Leute, mein Versteck! Das ist mein Versteck hier oben. Seht ihr das? Das ist mein Versteck, Leute. Dann geht man hier rein. Okay, ich hab mich versteckt. Ja, gut, das war's. Ich hab mich versteckt. Ja, ich bin leider auch. Okay, wir sind alle versteckt und Racer wird uns jetzt suchen. Let's go! So, overused, wir werden da ein bisschen weggehen. Nein! Der Goomba! Der Goomba hat mich getötet. Weine ist doch versteckt. Ich weiß nicht. Der Goomba hat mich nicht mehr gefällt. Der Goomba hat mich nicht mehr gefällt. Der Goomba hat mich nicht mehr gefällt. Das stimmt, das stimmt. Okay, warte, ich... Ich hab's geschafft. Ja! Ich hab Gärmi! Ah, die haben uns sucht immer in dieser Runde. Das Boss-Lava ist hier. Okay, mein Verstecker ist hier. Okay, ich bin ready, ich bin ready, ich bin ready. Wir sind alle bereit. Warum ist der Lava? Wir kommen schon raus, I guess. Nein! Gärmi, warst du da schon die ganze Zeit? Was meinst du? Okay, flüchte, let's go! Oh, er ist bei der grünen Lava, ich bin tot. Oh, hab ein neues Versteck. Leon! Ja? Gärmi ist da versteckt, wenn du an dem Gift vorbei bist und dann da oben da ist ein Red-Coin. Er geht wieder weg. Er ist gestorben! Leon, bleib mal da stehen, bleib mal da stehen, da unten. Geh mal runter. Bleib mal da stehen, bleib mal da stehen. Ist nicht lustig, wenn du fahr... Oh mein Gott! What the fuck! In diesem Lava wird Brian suchen und wir werden uns versteckern. Jawohl! Nein, Jungs, wir können uns da nicht zu dritt verstecken. Save, save! Wir sind ready, ja. Bitte nicht, bitte! Was ist los? Nichts, alles gut. Ich spring einfach mal hier runter. Hier ist niemand. Oh mein Gott, ihr w****er. Oh! Er ist da, er ist da! Oh nein, ich hab gerne getöntet! Nein, nein, nein. Warte, warte. Thumbnail, Thumbnail. Ah nein! Kleine Gedanken. Also, das sollte dir zu denken geben. Oh, oh, oh! Brian! Brian! Nein! Leute, die Runde werde ich dann suchen. Das ist auch die letzte Runde übrigens. So! Was geht? Ist das jemand? Das kann doch nicht sein. Mein Gott, Brian! Was sollte das denn? Hat das schon mal jemand gemacht, oder? Ah, nein! Ich dachte, er checkt nicht. Da gibt's doch irgendwie so ein Special. Ich hab das so gesehen. Das ist ein Special-Eingang. Ja. Oh, ich hab das gemeint. Aber da ist... Ich dachte, er war hier. Yo! Oh, doch! Ist da, ist da! Ich hab die Kamera richtig bewegt. Loll! Okay. Hä? Bleib mal da. Ich will es finden. Äh, hast du gedacht? Äh, hast du gedacht? Nein! Mann! Nein! Ja! Schaffst du es, Leon? Natürlich nicht. Wie ist er da denn hingekommen, Digga? Was geht? Nein! Ich hab ihn trotzdem, oder? Habt ihr? Geil. Steig, 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 steig. Ja, Leute, wie ihr gesehen habt, wir haben jetzt ein paar Runde an Super Mario 64, The Green Stars, Heiden Sieg gespielt. Und ja, Leute, ich denke mal, an dieser Stelle werde ich dann auch dieses Video beenden. Ich bedanke mich noch bei euch für zu sehen. Also, tschau, Leute!